Die Bewegung tut mir gut. Die Karte ist noch leer und wir sind schon bei sehr vielen Freunden. Ja, dann nimm mal was an. Ich suche gerade. Ich muss ja nur gucken, wo wir sind in der Nähe. Ich werde jetzt bisschen cruisen. Hier ist noch einmal Panzer-Vandalismus. Wo denn? Rückwärts. Wo? Äh, ja, ja, ja. Hier ist aber auch noch... Nee, nicht. Guck mal. Er kann das. Der Wagen natürlich. Hier ist auch noch eine Panzer-Vandalismus. Ja, ich weiß. Die hab ich auch gesehen. Ah, da. Komm, wir parken das Auto hier ordentlich. So, pass auf, wir parken das ordentlich. Das machen wir eh kaputt. Und dann... Nein! Was? Los, starte. Was hast du für Schmerzen? Ich helfe dir auch nicht. Machst du ja sowieso nie. Alles machen wir kaputt. Hier wird nicht umgezogen. Gehst du kaputt? Wie viel müssen wir denn schaffen? 1,2 Millionen. Ja, vorwärts. Wir räumen auf. Wir gestalten die Landschaft neu. Okay. Nach unseren... Werdet ihr wohl ableben? Was? Ablegen? Ab. Werdet ihr wohl abheben? Warum sollten wir sie denn? Oh, ein Smart. Oh, ein kaputter Smart. Oh, Zeitung. Da fährst du mal weiter mit. Oh, ein... Ein Hubschrauber. Warte. Du hattest grad einen Patzer in deinem Arsch. Jetzt hab ich so'n... So'n... Dicken in meinem Arsch. Der schiebt mich durch die Gegend. Ich will gar nicht wissen, was du noch in deinem hinten hast. Vielleicht wenn er dick ist. Ich hab hier grad wie so'n Held... ...so'n Anderen erledigt, ja? Schießt du da auf mich? Warum schießt du auf mich? Ich bin dein Kamerad! Kamerad. Ja, dann schießt du auf mich! Ja! Weil hinter mir Leute sind, schießt du auf mich! Hier war ein böser Panzer, der haut ab! Ja, kriegst du vielleicht noch mal ein paar Punkte dran? Hey, du sollst nicht auf mich schießen! Das bringt... Hinter dir steht doch ein Auto! Warum schießt denn du da nicht drauf? Warum haust denn du da ab? Hier ist alles voll! War jetzt hier lang! Immer mecken! Und selberst! Hier ist nichts! Na, Hubschrauber zum Beispiel! Hier ist ein Polizeiauto! Hier war ein Polizeiauto! Hier ist wieder der Panzer! Das ist ein scheiß Heli, wo ich jetzt putze! Ja, der bringt auch Punkte zum Beispiel! Der Panzer ist jetzt kaputt! Ja, weil ich den Panzer kaputt gemacht hab! Der Heli ist immer noch nicht kaputt! Jetzt ist der Heli kaputt! Ist egal! Ich fahr jetzt weg! Ich hab keinen Bock mehr zu schießen! Jetzt hab ich noch die Tankstelle kaputt gemacht! Das wollte ich gar nicht! Puh, Teufel! Sowas machst du einfach! Na, bei den Preisen ist das auch verständlich! Na, 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 na! Heute war günstig! Ist egal! Jetzt ist es ganz günstig! Ich warte schon wieder auf Dr. Grappel! Ich warte auf Dr. Grappel! Los, Grappel dich aus! Ja, ich grappel mich aus! Guck mal, was ich in der Hand hab für dich, mein Lottchen! Ja, nimm mal die Waffen aus der Hand, bitte! Die waren automatisch aktiviert bei mir eben! Ja, nimm sie mal! Einfach eins drücken! Eins! So! Nein, ich bin Scrollrad-Fuzzi! Ja, guck! Dann zielen die, dann schießen die immer auf uns! Du brauchst... Das ist doch Scheiße! Da gibt's ja nur Schlimmeres! Ich will aber nicht! Jetzt haben wir schon wieder einen Stern! Kannst du auch mal was machen? Du bist einfach bloß ängstlich! Ja, ich guck grad, von wo sie schießen! Ach da! Lass sie mal am Leben! Die mach ich klar! Du sollst sie am Leben lassen, du! Ey! Ja, dann such ich mal eine Mission! Ach, hier gibt's Geld! Geld ist immer gut! So! Dann suchen wir mal! Wo haben wir das? Oh, Tatsache! Missionen haben wir wieder mehr als genug! Was haben wir denn hier in der Nähe? Wo sind wir? 120.000 Bargeld! Wo's haben wir hier denn in der Nähe? Da sind wir! Hier ist was zu verkaufen! Eskorte! Och, Eskorte! Hab ich keine Lust! Oh, hier ist was zu kaufen! Wo's denn kommt man mit? Ach! Direkt um die Kurve! Ey! Der hat mich angefahren! Bist du das Auto hast, bin ich dreimal da, ey! Pff! Hier wird nicht gedealt! Och, ist doch gleich in der Nähe! Ich hab's gekauft! Ach, sind wir auch schon da! Möllen schon 48 Prozent! Ja, komm mal mit, wir gehen zur Bandenoperation! Äh, wir fahren hin! Fahr los! Müsstest mir mal sagen! Wohin? An der Kreuzung vorne links! Geradeaus fahre ich gegen die Mauer! Also, jetzt links oder rechts? Rechts und dann links! Du machst mich verreicht! Ich den, also... Jetzt links? Jetzt? Ja! Straßenverlauf folgen! Da ist ein... Da ist ein Hut! Jetzt? Genau! Genau! Du fährst richtig! Ins Haus? Nein! Da lang! Genau! Genau! Du fährst richtig! Versteht sich schon! Sehen wir jetzt dazu! Und an der nächsten links! Oh, voll umgemäht! Der hat... Der Blutfleck an der Wante gelassen! So, und dann sind wir da! Komm, wir fahren erstmal langsam vor... Oh, ich wollte ja so vorbeicruisen! Ich sehe hier gar keine Gegner! Die sind hinter der Mauer, wa? Ich nehme nicht den engen Weg! Ich nehme den breiten Weg! Oh, ich geh jetzt nicht weiter! Oh, ich auch nicht! Hä? Ist doch alles voll! Ich bin um die Ecke gekommen, da sind sie aufgeglitscht! Verdammt! Ich hab ein Knail! Aber das... Ich hab gesehen, die beim anderen Let's Play, die da hatten die das gleiche Problem! Auch bei C2-4! War keiner da! Ja, ja! Auf einmal kam der andere dazu, auf einmal flump, waren sie alle da! Ist ja auch gut so! Geld einsammeln, Geld einsammeln, Geld einsammeln, Geld einsammeln, Geld einsammeln! Ja, aber ich glaube, wir haben es geschafft! Wir haben keinen Radius! Schnellweg! Komm, wir nehmen ein anderes Auto! Wollen wir das hier nehmen? Ich hab eins! Oh, jetzt... Schneller schreien nächstes Mal! Dann fahr los! Ich weiß bloß nicht, ob wir gehen! Ich will hier weg mit meinem Infuego! Hier ist ein Flatly Fire, da können wir uns erstmal verstecken kurz! Okay, fahr mal dahin! Direkt hier, genau hinter diesem scheiß Block! So! Der gehört uns auch! Ich bin da! Und wir schießen hier drin! So, die Fahndung sind wir los! Ja, und keine Waffe in der Hand nehmen vor allen Dingen! Ja, hab ich nicht! Ich sag ja nur! So, ich guck nochmal auf die Karte... Wo sind wir grad? Ach, hier ist noch eine Bandoperation in der Nähe! Warte mal ne Sekunde! Hier ist irgendwas schief gegangen mit meinen Waffen! Mit deinen Waffen? Meine Panzerfaust war weg! Ich höre schon lange nicht mehr! Ja, ich fand die aber... Finde die aber gut! Macht sich gut bei Hubschraubern! Wo wir grad hier sind? Ich brauch Munition! Ja, die kaufe ich mir auch jedes Mal! Die Musik leiert! Ja, das ist doch schöne Leihmusik! Peacon Blend! Was immer das ist! Aha, Umwelt! Oh! Left 4 Dead! Wieso kann ich einen Granatwerfer nicht ausrüsten? Left 4 Dead! Liegt ne Kettensäge in ne Blutige! Verstehst du das? Kannst du den ausrüsten? Doch, jetzt hab ich ihn! Hä? Boah, was sind das für niedliche Waffen hier? Und Schütze? Oh, ja! Oh! Schreckelich! Was denn die Musik? Hm? Ich find hier... Mein Auto ist noch da! Das ist sogar noch halbwegs heil! Was ist das denn? komm ja dann sag an wohin meine kleine Prinzessin ja in dem Straßenlauf erstmal folgen würde ich sagen und dann kommt man an der Simons nee die will ich jetzt nicht machen die Mission da stopp Huch falsche Tasse wieder eine Bandenoperation jup musst du mich umfahren bist du schon wieder ausgestiegen dann lasse ich das Auto mal hier stehen ja ich suche gerade den Eingang hier in diesen scheiß Kaff kann ja schlecht über den Zaun springen ach hier aber ich habe Granatwerfer soll ich den mal raufrichten ich habe eine Handgranate ich dachte ich habe eine Handgranate doch jetzt habe ich eine erledigt lass uns fahren ja hast du ein erledigt Symbol bekommen ich habe nicht bekommen ja lass uns fahren ja wir müssen uns sowieso erst mal wieder verstecken ja aber wir können ja erst mal weg ja da stand eine neben mir schnell rein sag mal an wo wir landen müssen da ist ein Haus das könnte man noch kaufen lass das kaufen nee jetzt nicht da sind Scharfschützen hinter uns such mal lieber eine Stelle wo wir hin können ich bin nicht cool äh da kommt die nächste Bandoperation hier ist ein T-Shirt-Shop in der Nähe fahr geradeaus jetzt an den nächsten links hier rum hier rum hier rum geradeaus über die Kreuzung genau da ich sehe das war falsch aber egal oder war auch nicht falsch das sind Planet Sains wie es aussieht wo steige ich denn aus Beifahrertür so Verfolgung ist weg raus oh ich hätte mir gern jetzt noch neue Schlüpper gekauft das Auto wir nehmen anderes das ist nicht mehr gut du hast schon wieder eine Waffe in der Hand ich habe dir doch gesagt du sollst keine Waffe nehmen ist das das Domizil da oben habe ich ein Pfeil oder sind da wieder Pornopoppen Pornopoppen vor der Kirche das passt ja Drogenpakete die haben wir gar nicht entdeckt aber wir hatten schon zwei also müssen hier regnet's Bommeln haben sie das gesehen hallo du da da regnet's Bommeln guck dir das mal bitte von unten an ey sie ich mach das nochmal bist du bereit guckst du es an auf die Plätze fertig ich bin bereit meine Ausdauer muss ich kurz aufladen warte yeah du hast Ausdauer also warte eins zwei drei oh schön auf den Knien gelandet das nenne ich mal einen Bauchklatscher so jetzt bist du dran jetzt komm ich will es auch sehen ich will es für die Kamera einfach haben ja okay der fette Gonzales ich hab abgenommen so oh jetzt hab ich zu das hat mich jetzt abgelenkt was war das jetzt Handy ich hab auch keine Markierung also ich fahr einfach rein instruktiv ja das ist günstig gleich Fahrzeug nehmen komm steck rein bitte gleich muss ich niesen oh nein oh ist das schlimm ahhh drück ihn weg ist eklig wenn man nicht niesen kann und man muss ne ja ich hab's ich hab's ich hab's mir abgequält kannst du mal auf die Karte gucken ich weiß nicht wo lang ich muss du weißt nicht wo lang ich muss du weißt nicht wo lang ich muss ich hab eine Route gemacht siehst du die ich hab nach hockey nein nicht es ist mir sehrятель gradoo ist gradoo ist gradoo ist gradoo ist gradoo um die kurve um die kurve um die kurve um die kurve ohne dabei mir rumstehen ja bist du total verkehrt du hast gesagt da da zu den Bäumen ja die Straßenverlauf der ging doch wohl um ne kurve jetzt rechts 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 immer noch rechts die Kamer zu holen ah die haben wir uns gleich und hakl reaaa الف Reeeechts! Da fährt er dran vorbei! Da war ein Unfall, da komm ich eh nicht durch. Da müssen wir rein! Hier! Und jetzt gleich wieder rechts. REEEechts! Ich schreie nicht wie ein kleines Heulkind. Das steht dir nicht. Jaja, du hast das gerade nötig. Sollst du deine Kopfhörer im Spiel absetzen? Du schreist immer so laut wie ein Mädchen. Da würde ich aber so schreien! Das mach ich ja nicht. Ähm, wir sind da Vorne Puppen Au Scheiße, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch Hast du die auch geholt? Na klar Kommst du hier noch hoch? Die quietschen schön Ich komm da nicht mehr hoch Dann müssen wir es halt von hier machen Oh, falsche Waffe, 6 Hm Wo sind diese Luder denn? Hä? Nein, ich bin runtergefallen Scheiße Warum tust du das? Ich muss mich in Sicherheit bringen, ich sterbe gleich Sind die denn hier unten? Ach da! Ich muss nachladen Ich muss mich jetzt mal schnell heilen Warte, wo ist mein Raketenwerfer? Da Ihr habt den Polizisten in den Po geschossen Aber so viele sind hier gar nicht Ich lohnt sich gar nicht mehr Raketenwerfen Da kommt ein, da kommt ein, kommt ein Polizist Mit kaputter Frontscheibe, das war ich Was? Oh Hubschrauber Auf welcher Taste ist denn jetzt da, ist der Granatwerfer? Komm mal her, mein kleiner Hubschrauber Schön stillhalten Oh, Entschuldigung, ich war schneller Nö Ich hab auch auf ihn geschossen Und getroffen Soll ich machen, dass du runterkommst Mit dem Raketenwerfer? Oh, ich hab mir den Knöchel verstaucht Oh, hä, ich hab mich auch schützen Hab ich auch, das ist gut Was für mich denn jetzt hier Das ist eine andere Waffe Ich brauche Wellen Oh, ich kann den Hubschrauber nicht anweseln, wenn er so zappelt Hast du ihn? Da Ja, ich Ey Wo ist denn der da? Hast du also Ja Bist du noch bei mir? Ich bin bei dir unten irgendwo, ja Ich suche noch Rad Wie sind, Fälle 4 von 7 übrigens, ne? Ach, scheiße, da kommt ein 2 Warte, bist du Oh, ich hab ihn gebremst Drei hab, 5 hab ich noch Ich hab auch nicht mehr viel Hubschrauber Kaputter Hubschrauber Manchmal Klappt das nicht mit der Waffenwahl hier so? Ne, ist es bei mir auch so Boah, ich bin gleich tot Oh, oh, was ist das für einer hier? Boah, da kommt Oh, jetzt haben sie mit Sch... Ah, scheiße Jetzt bin ich gleich tot Wo ist denn das Dicke da? Oh, scheiße, hier sind Schilde Wo denn? Bei mir Wo bist du? Oh, scheiße, ich bin gleich tot Ich muss mich entdecken Ja, ja, ich muss mich Ich muss mich auch Aber jetzt geht's mir wieder gut Erst mal hier, hinter Ich werd mal profilaktisch in zwei Richtungen Blattgranaten schmeißen Hehehe, ich hab jetzt ein Schild Schieß doch auf mich Schieß doch Schieß die Rübe weg Ah, du hast auch ein Schild Geh weg mit deinem Schild Hehehe, da hinten Scheiße Na, halt bei den Gegnern Armeetransporter Bleib stehen Oh, scheiße Aua, aua Scheiße Hinter die Mauer, schnell Nein, ich brauch eine Wiederbelebung Ah, warum bleibst du nicht in meiner Nähe? Ah, und so weit weg Wo bist du denn? Hey, hinter die Mauer da Ja, was machst du da hinten? Bin ich in Sicherheit entwiegen? Ja, das sieht man Und schnell weg Wir müssen aber noch die Welle überstehen Ja, haben wir doch Nächstes überstehen wir auch Hoffe ich Da habt ihr Ich hab keine Sprengmunition mehr, also I'm not for more Oh, scheiße Hä, Welle 7 gleich geschafft Wie geht denn das? Ich muss mich erstmal verstecken Denn wir haben es geschafft 3 Sekunden Ja, ich bin aber gleich tot Ich bin auch gleich geschafft Jetzt bin ich tot Wo bist du? Hier hinten in der Ecke Ich hab mich versucht zu in Sicherheit zu bringen Ich komm Na, ich bin da geblieben gewesen Jetzt rennt Warum rennst du da jetzt weg, wenn du da bist? Ich komm zu dir Also das Nee Scheiße, ich bin gleich tot Ja, du hattest keine Ausdauer Schieß mal Schieß mal Oh, das wird knapp Das wird knapp Knapp Weg, 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 weg Ich dachte Ja, ich dachte Du wärst bei mir geblieben Verstehst du? Ja, war ich aber nicht Jetzt brauch ich vielleicht Ne Wiederbelegung Ich brauch ne Wiederbelegung Das ist doch kacke Was willst du denn hier? Wolltest du mit nem Bus fahren? Das ist keine Bushaltestelle Nein, ich hab bloß schnell einen Fluchtweg gesucht Ich hab nicht auf die Los weg jetzt hier Außer aus dem Gebet Kommst du mit? Ja, ich bin schon am flüchten Hilfe Das brauchst du keine da, oder wat? Hilfe Ich muss jetzt mal meine Ausdauer wieder aufbauen Ja, ich auch Aber ich glaub, die verfolgen uns nicht Wir haben keine Dinger hier Keine Fahndungsdinger Mich wird aber immer noch geschossen von denen Waffe Waffe wegnehmen Gut Keine Waffe in der Hand Hab ich nicht, hab ich nicht Guck Siehste, dann passiert nix Aber wir werden noch verfolgt Also wir haben noch Fahndung Ich hab kein Fahndungslevel mehr Ich hab noch unten Polizeischild Achso, ja Wie viel Zeit haben wir um? Ach guck mal, hier war im Schumat Das ist der Flughafen Du, wie viel Zeit haben wir um? Ja Wie viel Zeit haben wir um? Wie viel Zeit haben wir um? Wie viel Zeit fliegt man denn jetzt mit so einem Flugzeug? Wie viel Zeit haben wir um? Wie viel Zeit haben wir um? Achso, okay Nimmst du eigentlich noch auf? Ja klar Achso Wih, wih Wird die schlecht? Da ist die Statue Da ist die Statue Ja Aha, aus dem Flugzeug kannst du also nicht schießen Stimmt, aus dem kann man nicht schießen Außerdem geht man mit Shift Gas und mit W und S geht man hoch und runter Das ist also mal ganz ehrlich zum Abschluss so ne Steelport-Ziehzeigentour ist doch auch geil Ja, deswegen Wo ist denn unser Hauptquartier hier überhaupt? Wenn du nicht gegen die Mauer fliegst, wirst du schon finden Da auf dem Landepart, du bist grad drüber Ach hier Ja, ich steig ja wieder Ich garantiere dir eins, ich spring über das Dings raus, ja Das mach ich Wie flach willst du eigentlich fliegen? Bist du irre? Ich steig aus Oh, scheiße Ah ja, wir haben ja einen Fallschirm Hast du es überlebt? Ja, wir haben doch einen Fallschirm Bin schön auf dem Dach gelandet Ich bin auch hier Und ich spring nochmal Oh Aber hier Wo bist du genau hier? Ich nicht rangehen Nicht rangehen, nicht rangehen jetzt Ne, ich war unten Ach, bist ganz unten gelandet? Ja, ich bin noch nicht oben auf dem Dach Ich bin ein bisschen zu spät rausgesprungen Achso Na gut, ich gehe rein ins Domizil Ja, du kannst von mir aus die Folge schon beenden Ich Komm jetzt bloß noch Der Oldman kommt, die Treffen gleich hochgesteuert werden Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der Ja, ich versuche es Er hat Durchfall, wie man hört Schmeiß mal ne Krücke runter Schmeiß mal ne Krücke runter